Glück auf meine Freunde, was geht ab? Ich begrüße euch hier diesmal zu einem etwas anderen Video und zwar geht es mit diesem jungen Mann hier, Sturmwaffel, a.k. Freddy. Der hat ja ein Video gemacht, dass wir einen Cutter suchen für ihr Büro und da habe ich gedacht, mache ich das Spaß mal mit, aber es ist so, dass ich da schon ein paar gesehen von anderen, die deutlich besser sind als meins. Also, wo man merkt, dass die richtig schon Erfahrungen mit der Animation und so weiter haben, genauso wie dem Thumbnail, da wird meins auch nicht so besonders gut sein. Ich mache einfach aus Spaß mit, weil ich einfach Spaß daran hatte, dieses Video zu schneiden. Es geht um ein Kochvideo, das ihr gleich sehen werdet, von dem Sturmwaffel die Rohdatei zur Verfügung gestellt hat und jeder sich daran probieren konnte, da ein weniges Video zu schneiden. Dann noch, falls hier Freddy wirklich dieses Video sieht, gehe ich nochmal kurz auf diese Punkte ein, die er hier gesetzt hatte. Also ich bin 27 damit. Ja, es ist mir in das Alter gegeben, bei Wur Nord Köln, also aktuell wohne ich nicht in Köln, aber die Bereitschaft umzuziehen wäre da, wie generell, wenn ich Arbeit finde, ist die Bereitschaft zum Umziehen halt immer da. So, jetzt kommt es aber hier dazu, zu diesem Dreierpack hier. Final Cut ist ja die Apple-Software, da ich aktuell keinen Apple benutze, schneide ich mit einem anderen Programm und wäre aber kein Problem, sich irgendwie einen kleinen Mac zu holen oder so und die Software zu Photoshop. Das habe ich in der Uni mitgearbeitet gehabt und ist also kein Fremdwort für mich, habe es aber auch jetzt direkt auf meinem PC jetzt und hier Animationsskills, also das Animationsprogramm, mit denen hatte ich eigentlich auch nichts zu tun. Ja, wie gesagt, wird das vermutlich auch von der Qualität auch nicht ganz so gut werden, wie die anderen, die ich schon gesehen habe. Und, ja, lasst euch einfach überraschen. Das Video geht jetzt gleich los. Hallo, herzlich willkommen zurück zu diesem weiteren kleinen Video, zusammen mit mir, diesem Wecker und wieder mir und diesem Wecker. Ihr merkt schon, viele Regieanweisungen heute. Oh, 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 das wird ein Video hier. Wir sind heute hier und machen eine kleine Bolognese, wie wir das schon ein paar Mal gemacht haben. Heute nur mit dem bedeutenden Unterschied. Wir haben keine Zwiebeln mehr, ich habe Schalotten. Ah, ihr wisst ja, was man über Schalotten sagt. Schalotten machen den Haaren rund, wollte ich gerade sagen. Achso, ist das so? Schön ist auch gut. Ich würde jetzt erstmal kurz ein bisschen anölen. Das Ding ist ja wirklich auch nur noch ein Show-Tool, das kannst du ja keinem erzählen. Das ist ja so geil. Also wer macht das denn nicht so? Das ist ja nur noch Fett. Warte. Wie weit kannst du spritzen? Stopp, Miguel. Stopp. Miguel. 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 Das ist, glaube ich, jetzt fast aufbrätiert schon, wenn das so weitergeht. Okay, alles entspannt. So, das haben wir hier. Ich glaube halt, dass es gar nicht mal so schlecht ist, wenn wir das mit Schalotten machen, weil Schalotten geben schon geiles Aroma. Und dazu können wir heute den Wacker ausprobieren. So, das haben wir hier. Ich werde das schon mal dann kurz reinmachen. Und dann sollen wir mal ausprobieren? Let's go. Let's go. Was ist das für eine neue Teufelei? Alter, wie schnell das geht einfach. Das wird dieses Rumgestocher, was du sonst immer hast. Halt einfach nur noch los. Alter Vater. Klein. Das ist ja geil. Mega. Das ist ja wirklich mal einfach die größte Genugtuung, die ich jemals gesehen habe mit dem Dingern. Oh mein Gott. Als ob das Problem so einfach zu lösen war. Das kotzt mich jetzt ja auch ein bisschen an, muss ich sagen. So, ich habe das auf jeden Fall kurz runtergestellt, weil diese gusseisernen Töpfe werden immer so unfassbar schnell heiß. Du merkst, wie dein Messer geschärft. Wie sonst was? Wie Leben sein Vater. So. Oh Gott. Hast du gesehen, wie ich abgerutscht bin? Wie groß das war? Fast schon Finger abgeschnitten wieder. Ich glaube halt auch, dass es mit einer Schalotte gar nicht mehr so schlecht schmecken könnte. Ja. Außer natürlich, wenn die Schalotte nicht so cool ist. Oh Gott, jetzt ist es doch wieder sehr. Ich habe, wir haben so eine komische Stufe, so sechs, sechs und sieben bis acht hat so eine Stufe, was? Was? Sieben, sieben ist eine Stufe, die ist nicht wie sechs. Sondern sieben ist zur... Sieben ist... Ich schneide das weiter jetzt, ja. Du hast vollkommen recht, ja. Ja, okay, stopp. Ja, jetzt reicht's. Du hast auch noch nicht Abend gegessen, ne? Nee. Bist froh, dass wir das... Ich hatte Essigchips drin. Bist froh, dass... Ja, ich auch. Deine. Ganz schön viel. So, zack. Einmal. So. So. So und... Wieder ein bisschen zu knapp gegriffen, Miguel. Das macht mich nervös, was ich hier mache. So. Aber heute... Heute darf sich nicht geschnitten werden. Heute habe ich nämlich noch was Großes vor. Weißt du was? Was denn? Ich habe ein Casting. Ein Casting? Ja. Ich werde der nächste... Der nächste Tatortkommissar. Hört's dich heiße? Hm? Kommissarklötzchen. Wirklich so. Alle Leute trauen mir da nicht. Ach, ach. Geht sich jetzt wieder los? Jetzt reicht's mir. Jetzt ist eine Charlotte Miguel nicht weinend. Vielleicht Charlotte Roach, weil ihr nicht mit mir kochen will. Das reicht nicht. Auf kurze Zerpünntung. Oh Gott, aber... Oh Gott, ah! Okay, es ist nicht schlimm. Ich wasche die Tränen weg wie ein großer, erwachsener Mensch. Mit Stolz. Ich tue hier mal schon die Schalotten rein. Zack. Dann haben wir die schon mal. Oh, schön, das ist auch. Dankeschön. Dann bin ich... Warte mal. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute wieder nix los. Man kann hier einen wegdeppen. Das war die Tagesschau. Ist gut, ne? Sehr gut. Ja, wirklich. Nach wie vor. Falls ihr mal Ersatz braucht bei der Tagesschau. Call me, ne? Das ist ja wichtig. Da auch mal so ein bisschen an die Zukunft zu denken. So, Knohlauchpresse. Kenva. Kenva ist gut. Kenva ist gut. Machen wir mal zwei Stück rein. Jetzt wird es wild. Oh, zwei direkt. Zweier. So, machen wir... Wollen wir mal zwei oder eine? Machen wir eine. Eine. Okay. Dann schneide ich die mal. Mh, dann geht jetzt hier am Start. Gettets, Alter. What's up? Oh, ist das genug Tugung, ey? Oh, ich stöhne nicht weiter. Ich möchte das nicht. So, zack. So. Und dann. So. So, 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 so. Flipp. Flipp. Wir können auf jeden Fall alles gut unterrühren. Und selbstgemachtes Tomatenmark, komm, ich mach die zweite noch einmal. Da ist schon ein bisschen mehr Süße drin. Wir haben es heute eh schon so scharf im Tomatenmark. Oder? Ja, so. Würde ich fast sagen. Dann machen wir es mal. Du musst es ja wissen, ne? Ich habe schon in einigen großen Küchen gearbeitet, Miguel. In diversen Etablissements auch. Ich kriege das grüne Zeug nicht daraus. Das ist aber auch echt ein Gerät, ne? Das ist wirklich jetzt aber nur mal gemotiert. Du hast ja wirklich gemotiert, Alter. Die redet ja fast schon mit dir. Ist so, oder? Hallo! Hilfe! Wir sind eigentlich drei! Nein. Jetzt reicht's. Das ist wie bei Erneuung Orange. Kennst du Erneuung Orange? Wo ist die eigentlich hin? Ja. Sind die überhaupt? Ganz ehrlich, Erneuung Tomato. Boah, nein, 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 nicht bei dem preisgegründeten Tomaten. So. Was geht denn bei dir ab, die Fliege? Was geht denn hier? Hallo! So. Zack. Ich kriege die ganze Zeit immer so Werbung auf Instagram inzwischen. Von solchen Leuten, die Messer schleifen. Ich glaube, hier wird abgehört bei uns, Miguel. Ich glaube auch. Ich sag's dir, hier wird safe abgehört. Machen wir mal so schon mal ein bisschen kleiner. Für die großen Tomaten zu schneiden, finde ich ultra weird. Da habe ich ja gar keine... Für andere Sachen habe ich schon keine Technik, weißt du? Aber hierfür sieht ja einfach nur noch ganz schön komisch aus gerade. Oh Gott! Alter! Geil, jetzt lassen wir das noch alles mal ein bisschen powermäßig anbraten, wie sich das gehört. Oh, Alter, das sieht so geil aus in dem Topf, glaube ich einfach. So, heute mal wieder der große Platz und Freiraum zum Experimentieren. Ich schau mal kurz, haben wir noch Petersilie. Ansonsten, ne, eine geile, frische Rosmarin hätte ich heute Bock drauf gehabt. Weißt du, so ein bisschen infusen und einfach klein häckseln. Das wäre es, als wäre es heute gewesen. Einfach mal, um einen neuen Twister mit reinzubringen. Aber, wollen wir jetzt auch nicht so. Zack, machen wir mal kurz höher, die Möhre. Boah, Alter, das ist so geil, ne? Diese Töpfe, die einfach so richtig hoch glühen. Das riecht fett. So, dann machen wir mal unsere eigene Tomatenmark-Paste, ne? Tomatenmark, Tomatenmark. Die können wir gleich auch schon mal ein bisschen mit einbringen. Nehmen wir mal einen guten... Gutes Löffelchen. So. Sieht das gut aus, Alter. Oh, wie das hier so untergeht. Nice. Fresh auf jeden Fall. Also ich muss sagen, ich glaube, eine freshere Bolognese von Zutaten nebst dem Hackfleisch hatten wir auf jeden Fall eine Weile nicht. Weißt du, dadurch, dass das Tomatenmark noch komplett selber gemacht ist. Precious. Looks good, feels good and tastes... Absolutely amazing. Absolutely amazing. Das war englisch, ne? Ja. Für? Für? Gut. Gut. Mal noch ein bisschen mehr. Sieht schon mal ganz gut aus. Riecht auch amazing. So. Was ich jetzt mache nochmal, bevor wir... Bevor wir da noch weitergehen, ist... Ich werde mal hier ein bisschen Salz zumindest nehmen. Ich habe hier afrikanisches Perlsalz drin, von Ankerkraut. Und grinde das mal hier frisch. Runeher. Pfeffer habe ich noch nicht eingefügt. Äh... Mach aber mal hier die Pfeffer-Symphonie. Und ein bisschen Cayenne-Pfeffer noch. Sehr gut. Einfach schon mal mit reingeben. Ein bisschen Cayenne-Pfeffer. Nice. Was ist da los? Ich bin zu schwach, Miguel. Ich muss was anderes nehmen, doch. Mh... 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 Ich kann es heute nicht. Ne, funktioniert nicht. Ach, krass. Kein Spinat gegessen. Das passiert, wenn du kein Spinat... Okay, let's try it this way. So, hier haben wir es nochmal. Ne, hier habe ich Hamburger Kapitäns... Pfeffer. Bisschen Pfeffer mit rein. Gewürzt ist. Dann würde ich sagen, kommt es jetzt zum Moment der Wahrheit. Das Ganze nochmal ein bisschen höher köcheln lassen. Schön an. Und dann ein bisschen Rotwein. Wir haben mir einen schönen Tinto. Einen kräftigen Temperament wollen. Mh... Bereit? Bereits. Halbes Fläschlein. Ein halbes Fläschlein. Und da jetzt noch so Rosmarin rein. Oder Salbei oder so ein bisschen, weißt du? Leider not fresh anymore. Kein freshes mehr. Kein freshes mehr, leider gerade. Aber... It's almost ready. Perfekto. Machen wir es ein bisschen runter. Und dann, das Übliche, das kennen wir ja. Wir haben es ja ein bisschen vorgewürzt. Jetzt füllen wir auf mit Rinderfond. Und da darf das Ganze dann jetzt erstmal, nachdem wir ein, zwei reingetan haben, ein Stündchen kochen und das Finale würzen, machen wir dann, wenn es fertig ist. Dementsprechend beide drin. So sieht es aus. Bisschen, bisschen Farbe ist weniger da, finde ich, weißt du, als bei den anderen, die ich bis dato gemacht habe, weil wir eben das Tomatenmark selber gemacht haben. Ich bin gespannt, wie es schmeckt. Jetzt geht es erstmal ums Einkochen, ein bisschen fester werden lassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir beide uns gleich wieder. So, fast fertig, das Gerät. Wir haben es jetzt ein bisschen köcheln lassen. Guck mal, hier ist es so richtig schön runtergeköchelt. Ich habe hier noch was vorbereitet, Miguel. Weil wie immer, du weißt, wir haben es gelernt von LeFloid. Erst einkochen lassen, dann würzen. Und jetzt machen wir hier noch ein bisschen Paprika. Ich habe hier Edelsüß. Jetzt ein bisschen klumpig, kann aber schon rein. So, und dann machen wir noch Rosenscharf dazu. Geil. Oh, wie schön lecker. Und dadurch, dass natürlich unser selbstgemachtes Tomatenmark schon mal so ein bisschen Chili-Aspekt hatte, also die Fachleute würden sagen, ha, heiß, ist das jetzt sicherlich ganz gut geworden. Bist du bereit? Oh, yes. Alright. Then I would anrichten this to you. Ich mache mal hier so einen schönen Teller. Die guten von Ikea, um ein bisschen zu menscheln. Und dann nehme ich mir mal, es ist wirklich gar keine Nudelzange, aber ich mache es mir mal sehr kompliziert. Jetzt, zack. Ich habe natürlich nicht geölt und sonst was, wie sich das gehört. Einmal drauf, einmal so. Und dann machen wir noch den hier. Ich mache mal kurz das alles aus. Und dann hier. Leckobärtchen, würde ich sagen, oder? Yummy, yummy. Sieht doch eigentlich ganz gut aus. Das ist natürlich jetzt wieder sehr groß geschnitten, sehr grob, wenn man sich so Kochsendungen anguckt. Die schneiden das immer sehr fein. Dann löst sich auch manches auf und geht so in die Soße und in die Substanz über. Aber das mache ich halt noch nicht, weil ich nicht so gut schneiden kann. Ich übe noch und ich bin auf dem Weg. Also, essen müssen wir nur noch. Ganz klares Ding, wie wird es schmecken? Es ist eine Bolognese vom Bolognese-König von Deutschland, sind wir ganz ehrlich. Also ich würde mir nie den Titel König bei irgendwas geben, außer natürlich beim Bolognese machen. Da kann auch gerne Herr Knossi jetzt ganz ruhig auf jeden Fall erstmal vorbeikommen. So, ein paar Sachen geändert. Schauen wir mal, ob es ein Leckobärtchen gibt. Ganz am Ende muss natürlich immer nochmal... Viel Salz heute. Aber das kommt... Wir haben ja gelernt, wenn man Hunger hat, dann immer mehr Salz irgendwie gefühlt. Das stimmt, ja. So wie es sich gehört. Das war es wieder mit eurem... Kommissar Klötzchen. Tschüss. Das Video ist vorbei, ist aber nicht schlimm. Like mein Scheiß und lass ein Abo da. Guck mehr Videos, guck, guck mehr Videos. Mir fällt nichts mehr ein. Tschüss.